Was muss passiert sein, wenn um die 80 Menschen aus Niedersachsen in der Wolgasterkirche Schlange stehen, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen? In diesem stehen bislang nur wenige Namen, denn nur einmal im Jahr wird es für herausragende Leistungen aufgeschlagen. Es muss also etwas Besonderes geschehen sein, wenn für diesen Akt die Kirche gebucht wurde und der Bürgermeister einen extra Termin einplante und zudem weiteres offenlegte. Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter der Firma, dafür haben sich die Stadtvertreter im Dezember zusammengesetzt und möchten sich recht recht herzlich bei Ihnen und natürlich auch bei den daheim gebliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern recht herzlich bedanken und von daher fiel die Entscheidung zur Eintragung ins Goldene Buch für dieses Jahr relativ schnell und relativ einfach und das darf ich glaube ich in diesem Rahmen verraten noch zum ersten Mal einstimmig. Und das ist Eckart Tölke, der sich natürlich zuallererst eintragen durfte. Er, der Geschäftsführer der Firma Biochem, hat das vielleicht bedeutendste und ungewöhnlichste Sponsoring praktiziert, das nach der Förderschule Janusz Korczak nun eine ganze Stadt stolz und glücklich macht. Der Dank der Förderschule ist den Tölkes und Co. ohnehin gewiss. Seit nunmehr 15 Jahren gibt es ein Sponsoring zwischen der Firma Biochem GmbH in Lohne in Niedersachsen und der Korczak-Schule in Beuerst. Dieses Sponsoring zwischen einer Firma und einer Schule ist einzigartig. Diesem Sponsoring ist es zu verdanken, dass wir heute an der Korczak-Schule gute materielle Voraussetzungen vorfinden, moderne sonderpädagogische Angebote entwickelt sind und Schüler beim Übergang von der Schule in die Ausbildungs- und Berufswelt besondere Unterstützung erfahren. Die Korczak-Schule, alle Schüler, Lehrer, Eltern und Freunde sind glücklich über diese so lange währende Beziehung und sind Biochem und ihrem Geschäftsführer, Eckart Tölke, zutiefst dankbar. Natürlich fragt man sich, wie eine Förderschule und ein Futtermittelbetrieb aus Niedersachsen, der in neun Ländern Zweigstellen unterhält, zusammenpassen. Die Tochter des Lehrerehepaars Krüger ging einst ins 480 Kilometer entfernte Lohne zwischen Bremen und Osnabrück gelegen. Ellen, jetzt verheiratete Matar, schuf den Kontakt, der nie abriss und ihr auch jetzt einen Dank einbrachte. Dass die Stimmung überhaupt so sensationell gut war, war dem neuen Projekt geschuldet. Denn am Vormittag hatte man schon den neuen Schulpark eingeweiht. Eine Anlage nahe der Schule gelegen, mit Streuobstwiese, Bolzplatz, Kletterwand, Rodelberg und Klimawald. Schon das war ein eigenes Festwert, auch wenn vorab die Schere klemmte. Ein Dank galt auch dem Planer Matthias Kollhoff-Nipsfrau, der dieses 4600 Quadratmeter große Areal entwarf und umsetzte. Wenn die Schüler der Korczak-Schule feiern, und auch das ist ja nicht neu, dann muss es musikalisch und mit viel Bewegung abgehen. Schließlich ist der Schulpark auch zum Toben da. Ich bin auf meinem Weg zu euch, ich bin fast daheim. Unser Zeit ist nur gering und ich bete, geh nicht vorbei. Alles bin ich mit euch teilen, meine Welt ist groß. Von Abenteuer, wie ich von die Häuser zog. Ich bin fast, ich bin fast. Abenteuer-Schule Ich bin fast, ich bin fast. Ich habe mich so gefehlt. Ich habe euch lang nicht gesehen, habe so viel zu erzählen. Und wie sich die Welt so zu nennen, so muss drehen. Auch dass diese Worte niemals vergiliern. Niemals vergiliern. Niemals vergiliern. Niemals vergiliern. Niemals vergiliern. gebracht, sodass erst gar keine Berührungsängste vorhanden waren. Und die Freude und Begeisterung ist nur allzu natürlich. Denn dieser neue Park, der rund 120.000 Euro gekostet hat, ist nur das Highlight des 15-jährigen Sponsorings. Die materiellen Zuwendungen dieser letzten 15 Jahre, die es für diese Schule gab, übersteigen bei weitem das allgemeine Sponsoring, das allgemein übliche Sponsoring eines Betriebes für eine Schule. Ich will nur stellvertretend einige Projekte nennen, die dank dieses Engagements an der Schule umgesetzt werden konnten. Nicht zuletzt, und das, denke ich, konnten wir in den letzten Tagen sehen, die Umgestaltung des Pausenhofes, die Einrichtung eines Nöselraumes, die Anschaffung eines Brennofens für den Töpferbereich, die Ausstattung eines Fachraumes für Arbeitslehre und Technik mit Werkbänken, Schränken, Maschinen, die Mobilisierung des Raumes für die Fahrschüler, die Berufsfrühorientierung, das Bereitstellen von Arbeitskleidung. Die Förderschüler haben es in der Gesellschaft schwierig, Anerkennung zu finden. Das ist in Wolgast anders. Denn diese überregionale Zusammenarbeit, die bis zu Praktika und Ausbildung reicht, rückt die ganze Hütte in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Und in der Wolgaster St. Petrikirche revanchierten sich die Kinder und Jugendlichen mit dem Stück East Side Story. Der Name ist Rico. Rico Sturde, Anführer der Adler. Rico! Mal sehen, ich denke mir was aus. Die Erwachsenen glauben ja immer, sie bestimmen, so wie die Meier, unsere Vektorin. Die denkt, sie ist der Chef. Fehlanzeige, wer ist der Chef? Rico! Rico ist unser Mann! Na bitte! Und wenn es ein Problem gibt, regne ich das. Neulich da haben sie in Kevin sein Handy geklaut. War natürlich einer von den Wölfen. Ich habe das geregelt. Der hat seine Abweibung gekriegt. Ruhe! Gibt es schon wieder Streit? Nein, wir sind immer friedlich. Kevin, fängst du bitte an mit Lesen? Ja, gucken Sie nicht so. Wollen Sie mal den Unterricht machen? Bitte sehr. Ich setze mich gerne ins Publikum. Früher, als ich noch jung war, da dachte ich, ich werde mal alles besser machen als meine eigenen Lehrer. Aber was soll ich tun? Womit lock ich diese Kinder hinter dem Ofen hervor? Soll ich mich benehmen wie ein DS-Spiel? Soll ich piepen oder blinken? Oder soll ich mich in eine Fernsehserie verwandeln? Deutschland sucht den Superlehrer. Ja, ich bin müde. Ich werde mich früh pensionieren lassen. Ich sollte zu ihr ins Rektorat. Und da gehe ich so um sie rum. Und die sitzt da so in ihrem Sessel. Und sie ist tot. Mit sowas macht man keine Spieße. Letzt mich bitte auf deinen Platz. Kevin, Kilian, Steffen, Stevi. In den Keller, wie Rico gesagt hat, das ist kühl. Da hält sie sich am besten. Eine Partnerschaft besteht nicht einseitig. Keine Frage also, dass auch Marina Licht die verdiente Anerkennung erhielt. Unterm Strich, ohne Frau Licht wäre es nicht gegangen. Und dafür möchten wir heute Dank sagen.